Baileys Colada schmeckt tatsächlich absolut wild, kann ich nur empfehlen und so macht man den Drink. Gebrochen 12cl Ananassaft, dann 8cl Baileys Colada, der normale Baileys geht auch, 4cl Cream of Coconut oder Kokosirup. Das Ganze shaken wir dann auf Eis einmal durch, dann geben wir ein bisschen Schokosoße in Hurricane Glass, Karamellsoße funktioniert auch und seinen Drink ins Glas ab. Garnieren können wir den Drink mit frischer Ananas und Ananasblättern. Und schon haben wir das Teil, gönnt euch Chias und markiert jemanden, mit dem ihr das trinken wollt.